Schon 35 Prozent der Schüler in öffentlichen Volksschulen sind muslimisch. Das ergibt die jüngste Erhebung der religiösen Bekenntnisse. 26 Prozent haben kein Religionsbekenntnis. Nur noch 21 Prozent sind römisch-katholisch. 13 Prozent der Schüler sind orthodox. Die offiziellen Zahlen wurden Dienstagvormittag von Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr von der NEOS präsentiert. Wiederkehr betont, dass der Glaube Privatsache sowie die Glaubens- bzw. Religionsfreiheit ein sehr hohes Gut sei. In Wien werde ein intensiver Dialog gelebt, welcher ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft sei und den demografischen Wandel begleiten würde. Gleichzeitig würden die Erhebungen zeigen, dass muslimische Jugendliche in Wien im Schnitt nicht nur deutlich religiöser sind, sondern vermehrt auch abwertende Haltungen vertreten, wie etwa Antisemitismus, LGBTIQ-Feindlichkeit oder eine Ablehnung der Gleichstellung von Mann und Frau, heißt es dazu aus dem Büro von Vizebürgermeister Wiederkehr. Angesichts dieser Entwicklungen brauche es daher mehr denn je ein verpflichtendes gemeinsames Unterrichtsfach. Leben in einer Demokratie. Für alle Kinder ab der Volksschule.